ja hallöchen meine lieben und willkommen zurück zu let's play skyborne das ist mal ein bisschen der kanalisationloser stehen geblieben und ich würde sagen weiter geht es noch zwei folgen nehme ich auf und dann habe ich für zwei tage genug aufgenommen so schauen hier war die tour genau habe ich auch gar nicht mehr schnell die zahl vergangen ist weil ich vorhin das spiel verdient weil das macht mir voll spaß irgendwie auch wenn es jetzt etwas leicht aber ein ork welp etwas leicht ist aber es ist ja meine eigene entscheidung dass ich nicht gerade einfach machen sie weniger schaden bei dir das ist nicht gut so du stürzt danke was das mal an was dann erklärt wird dran ist also sicher doch eigentlich aus und tot so die millionen ein level ab sehr gut napalm gelernt ok das ist ein kleines lernsystem also man lernt automatisch und reifen sie vier napalm tech attack on all enemies inflicts burning fast 22 mp wie viel hast du denn maximal ja toll wird hier angesteckt ja wahrscheinlich glaube ich warum ist ein rotes kreuz wie das mal mp mp plus 5 ok ich verstehe du kommst mal weg live train das ist ja wie viel nicht so du 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 hallo komm mal her kristel worte und kristel worte ich glaube leicht ist mit dann doch ein bisschen zu leicht müssen wieder der schwechkreis gerade ist kann immer noch regulieren ich will von daher lockt feind der welt switch to open the store ok der wird wahrscheinlich sein auch hier kann ich jetzt ist gar kein wasser ich kann ich glaube gott ist dann schon hier sich um mein gott so jetzt kommen wir mal ach guck kacke 8 lags schauen wir mal da das lieber sich heißt aber mal mit schaden die machen und als 52 jetzt machen wir mal übelst viel schaden warte fack doch mal das gilt glaub ich angebracht dass es auf alle geht noch vergiftung du wirst mal im kurs links nehmen so sehr gut dann wieder napalm zwei fische motoren das klaus glaube ich mach doch lieber auf einfach weil das ist komisch komisch bei lexiert dann auch einfach und schuss was ist das gleiche nicht das spiel ich will sowieso mehr die story mitbekommen als alles andere hier ist es irgendwie hier scheißegal ob die ob die kämpfe vielleicht schwer sind weil sie ob sie leicht sind ip und er macht immer weit ist auch und ob man denke ich meine was machen das 15 ag ich stehe nur noch ein bisschen schneller wer ist und daher gibt man dir das das ist das auswirkt schauen wir mal waren die vier besuchen immer so viel schaden die 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 wenn dann das klaus 49 hp das geht sonst gibt ich schon schlimm genug die 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 und frauen level up sehr gut magic barrier etwas lernen wir denn bitte noch alles hier wo tefak und ein apfel sehr gut magic barrier barrier increase all allies magic resist sehr gut das ist einfach nur das abbauen die abbau animation und ich glaube das ist das ist einfach nur abbau animation und 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 damit hat man das ja auch kreativiert und das geht hier lang oder scheitert das was wir können dann weiter sehr gut halt das sind relativ viele gegner gerade ist das viel an ausgleichen zu befreien angreifen bitte töten bitte danke gut dass das nicht so viel schaden macht wir haben nicht und noch mal der von dem alter das geht der übel schnell das level ich weiß nicht ob mir das gefallen soll dass es so schnell geht weil das spiel das gibt auch nur zehn stunden wenn man zu 100 prozent spielen würde ich natürlich alles mit was ich kriegen kann aber echt nur zehn stunden für 15 euro finde ich das echt ein bisschen was ich habe gar nicht gedrückt scheiße ich finde es irgendwie ich weiß nicht für 15 euro nur zehn stunden ist echt ein bisschen wenig aber na gut schalter gedrückt vielleicht täuscht es mich ja auch nur vielleicht doch länger kommen wir mal aber für den rpg sind zehn stunden doch echt ein bisschen wenig selbst für rpg mega spiel für ein vollständiges da geht es runter hoch das rote kiste ich will erst mal die viecher erledigen glaube ich die ep mitnehmen also auch immer hier orks in der kanal zu machen oder was es darstellen soll das ist irgendwie komisch aber nur gut und noch kein level abwalt wieder mal hier haben wir ja so ein recht zu ach ne all age spiel slash mp ist der das ist dort ach das ist ein heil heil ding ins ding na gut ok na ja ich habe mich gleich wieder und schluss ich mag das maxi db kann systeme sehr echt gesagt ist mit was liebste kann system dann kommt atp 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 und danach kommt für mich taktische kampfsysteme ok in der in der welt keine ahnung was das macht immer mal uns gerade haben in der welt welt wollen er sei in der welt was ten mp wie genau verteilt auch so okay das ist einfach nur ein p regener sozusagen gut und die dinge ist nix okay ach hier ist einfach nur ein blauer da rechts ist der komm ich denn da hin wahrscheinlich hier rüber oder ich muss zum ersten mal so die gehen nicht auf die thronen äh die thron sei schon die regelter app a paris und bauen ok vielleicht spielen ja da ist es ja vergiftet super es muss korwin heilen oder auch nicht die das war ein kampf weiter das gift oder da war ja ein blauer so hier genau okay hier ist die rote kiste grüner schalter rote kiste mitte enkelt und jetzt kommt man ok wenn auf nie was train auf region nation wie es auf 31 prozent api für alle charaktere akult wir sind extra menschen die menschen gegner die nun eben plattmachen und das ist echt so ein krasser unterschied ist zu einfach zu schwer ich wissen seltsam gebalanced meiner meinung noch das ist auch normal schon irgendwie herausfordernd ist aber bei leicht ist es ein moment kloppe irgendwie komisch aber gut ich glaube einfach was uns sehr schön 20 gold drin da immer und was hat denn noch mal gemacht habe ich nur 150 aus dem x100 pd geht muss dann mal da kann es nämlich auch als als dingens dienen als ja ist es als als verdammt als tank was soll ich sagen als dass du die gegner angreifst und so verstehst du ach ich bin dumm ich hätte doch eigentlich auch ja egal noch vier minuten gucken was es kommt und bin ich einfach mal langsam lockt ok wenn ich jetzt gehen die kämpfen oder muss ich gehen ausweichen mal gucken hallo 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 na das hat nicht ich verstehe ich verstehe ich verstehe was dumm 50 prozent ach so gut und ein rafel 번 wieder sind die arbeite die klasse 120 15 hp jetzt nicht lang scheitern hebel ist hier was einmal der bewirkt hat 5 of spades und das part of the spade stack collect all for the cards he won't you won't regret it kann das keine stauboss und das das item can be used to augment weapons and armors ach so ok was macht ja hier kann man das auch noch werden müssen seit was erwärten power bus von welt ok wenn es magic element das voll augments und du weißt nicht doch so intelligent ist wahrscheinlich so soweit wieder neues zeug bekommen ich habe welche waffen behalten halt soll es tut man das alles eigentlich auch natürlich für für die besten waffen ins spiel aufheben können welche in zukunft machen auch man zu den letzten waffen ins spiel aufheben und dann daher was so ist wie man erhebt man das für die allerletzten mächtigsten ab dem spiel auf den ganzen kann man alles auf einmal dran machen das ist glaube ich effektiver das auch funktioniert heißt das elixier ein christel worte und ein etat das äther zu den normalen regeln erzählt das wundert mich schon was man ein christel worte noch mal also auf 130 prozent mp aus außerhalb des kampfes heilen gut ich mache erstmal cut hier haben bald die 15 minuten voll wir sehen uns dann das nächste mal bei let's play skyborne ich werde jetzt noch eine folge aufnehmen dann mache ich dann schluss auf wiedersehen Leute auf wiedersehen